Der ist gut, der ist gut. Da, komm, lauf weg, lauf weg, lauf weg! Hinter uns. Ja, warte. Nee, 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 nee. Hast du ne Angel? Nein. Ja gut, da kann ich jetzt essen. Aber... Lauf weg, die targetten dich doch! Ach, alter, hab ich ganz vergessen. Ich bin fast down. Ich auch, halbes Herz. Yo, Leute, willkommen hier zu einer weiteren Folge Survival Games. Heute mal wieder auf der Survival Games 4. Und mit dabei ist der Crafting-Path. Ich wollte gar nicht, was ich aushaken soll. Gut. Hallo. Hallöchen. Bist du T-Pain 18 vor mir? Ja, genau. Gut, okay. Dann wissen wir das auch. Und mit in der Runde ist auch noch Crafting-Part. Ja. Der ist wieder da. Oh. Ja, richtig gut. Aber das ist schon die millionste Aufnahme von uns. Gut, ich hab auch, ich hab ein Alter, ich hab full Rüstung und ne... Oh, wie geil. Voll Rüstung und ne Steinachs. Okay, sehr nice. Und ich sag hier nochmal zur Verteidigung, dass ich halt nicht so leid reden kann, weil meine Eltern nebenan pennen. Ja. Und dann will ich die nicht so stören. Außerdem... Aber ich denk mal, ihr versteht mich auch. Ja, wir verstehen nicht alle. Außerdem, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich ja eigentlich gestern im Video angekündigt hatte, dass heute die anderen drei QSG-Maps, ja, als Video kommen sollten, die hier rausgekommen sind vor kurzem. Das Ganze kommt morgen, weil wir jetzt schon relativ spät abends hatten und ich jetzt nicht so viel cutten wollte, sondern einfach nur eine normale... Cutten? Cutten. Hacken? Nein, cutten. Und halt die Schnauze. Und, ähm... Ja, das ist der Grund und deswegen kommt jetzt einfach eine normale SG-Runde. und morgen gibt's dann die, äh, anderen drei Maps. Hallo? Cool, es geht. Ich bin dabei, hallo? Oh, außergewöhnlich. Ich war... Okay, komm hierhin. Bist du das? Das bin ich, ne? Ja, nein, nicht der Typ. Ich bin von dir links aus der Typ. Ja, genau. KS, SS. Bleib mal stehen. Hast du bessere Sachen für mich? Nee. Wey. Yeah. Da liegt ein Kuchen, weil es Hunger ist, ne? Ja, ich hab das, äh, selber platziert. Ach, du hast es platziert. Ich... Ich dachte, der hat es platziert. Vor lauter Aufregung beim Weltrennen, dachte ich. War er das. Hast du noch sowas zu essen? Weil ich brauche noch sowas zu essen. Ja, mehr aber nicht. Danke. Ich bin fett genug. Ja, okay, das ist gut. Ja, dann lass uns mal gucken. Vielleicht finden wir noch was zu Phrasen. Ja, oder andere Gegner, die Phrasen haben. Ja, natürlich auch gut. Und da ist einer so ein Red Hat. Das ist, glaube ich, ein Team. Okay. Ja, gut, dann packen wir uns. Pink Hat. Wir spielen natürlich in den Team SG Runden. Das heißt, Teams sind erlaubt. Kann man rechts ganz deutlich sehen. Passt in den Jahren dem Waxen. Locker easy. Geht's? Oh, ich hab grad Lex. Ich hab grad Lex. Oh, gut. Ich hab nämlich aus Versehen abgestopft. Nee, nee, nee. Ich hab noch fünf Herzen, aber ich hab Lex. Hast du essen? Ähm, ja. Das wirst du sehen. Bei mir hat grad die Aufnahme richtig geruckelt, als ich keinem Kampf war. Das kann man dann sehen. Und nicht an dem Holz-PC, ne, Leute? Ja, der ist aus Holz. Meine Grafikkarte ist komplett aus Holz geschnitzt. Ey. Immerhin aus Herz und Seele. Genau. Und schön öko-mäßig. Ja, das kann man natürlich auch sagen. Problematisch wird's dann bei der Stromanbindung, aber... Nee, nee. Das ist natürlich ein anderer Zweck. Das klappt alles. Sonst könnte ich ja nicht mit dir reden. Und wie lüftest du die? Mit einem Feuer, oder? Mit Feuer lüfte ich die. Nein, das ist so ein Stock, der sich die ganze Zeit dreht da drin. So, und... Also hast du da so eine Deo-Flasche drinne? Nein, Deo. Das ist doch nicht öko genug. Spaß, okay. Ich bin hier gerade... Ah, du siehst mich gar nicht. Ich bin hier gerade in diesem Haus, wo du nicht reingehen sollst, wenn du keine Waffe hast. Okay. Ja, ich hab dich gerade gesehen. Ich war hinter dir, aber ich bin dann weggerannt. Oh, da ist Crafting-Part. Okay. Komm, ich entnick mich mal. Mal gucken, was du so schreibst. Okay. Schreib mal na. Hallo. Na. Wer schreibt? Ja, jetzt. Er hat mich erst mal angegriffen. Oh, jetzt fängt's an. Oh, und deshalb... Jetzt komm ich und töte ihn. Deshalb mach ich eigentlich keine... Soll ich töten? ...angenickte Runden. Ach, ich schreib einfach nach der Runde. Komm, einfach Lobby. Beats. Okay, jetzt tut mir leid, aber wir können da einfach keine Ausnahmen machen, weil das was ist, ich weiß nicht, ich finde das zerstört so ein bisschen das Spielfeeling. Ich geh jetzt weg, aber leider müssen wir uns töten. Also, ich wollte gerade... Ja. Hast du ihn getötet? Nein, nein, noch nicht. Ich hab ihn gelassen. Okay. Wir müssen dich leider trotzdem töten. Ich hab angreifen, töten, hört sich so an, als wären wir schon davon überzeugt. Beziehungsweise sagt, wir den sowieso töten. Ich weiß. Sind, keine Ahnung, finde ich irgendwie so. Ja, das Gleiche ist... Ja, er greift mich an, er greift mich an, okay. Gut. Ja. Aber der muss dir leider zur Hilfe ein. Ich muss dir leider zur Hilfe ein, tut mir leid. Ja, siehst du, da rennt er weg. Wusste mich. Oh, der hatte aber Heal Potions. Und das war natürlich sehr elegant. Elegant wie ein Elefant. Okay, wenn er uns jetzt geben soll, dann war das echt ein guter Mut von ihm. Alter, was geht bei dem? Der ist gut, der ist gut. Ja, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Hinter uns. Ja, warte. Nee, 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 nee. Hast du eine Angel? Nein. Na gut, da kann ich jetzt essen. Lauf weg, die targeten dich doch. Ach, Alter, hab ich ganz vergessen. Ich bin fast down. Ich auch, halbes Herz. Weil ich die wegschlagen wollte von dir. Die werden die Art, die haben sich getrennt. Einer läuft, die hinterher einer mir. Und ich rack gleich nicht mehr. Ich auch nicht. Zwei Herzen und ich rack mich nicht mehr. Ey, der eine. Ich rack mich nicht mehr. Ich auch nicht. Das war mega schlecht gemacht. Aber der wird jetzt nicht rüber springen. Der kann nicht rüber springen. Ja, er ist runtergeflogen, perfekt. Ist er tot? Nein, aber er konnte nicht aufs andere Dach springen. Und ich hab drei Dias, ne? Ja, also du musst ja langsam helfen kommen. Du rackst jetzt wieder, ne? Ja, aber ich hab noch nicht so viele Herzen. Er schreibt schlau. Alter. Nein, 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 nein. Wo bist du, Beats? Ich will dir eigentlich gerne helfen. Gleich Flughafen. Der ist direkt hinter mir. Und zwei Herzen und dragonisch. Und kann gleich nicht mehr sprinten. Ja, ich geh Richtung Spawn, Richtung Spawn. Dann kann ich dir gerne helfen, weil ich werd mir ganz schnell erst hier. Ich geh ganz kurz. Nein, jetzt muss ich leider wegrennen. Ja, soll ich am Spawn so lange entlang laufen? Nicht, dass er dich sieht? Ja, komm, komm, Spawn, komm, Spawn. Okay, ich lauf außen entlang. Nein, jetzt hab ich aber noch nicht was zu essen. Okay, wo bist du jetzt? Ah, ich seh dich, okay, ich seh dich. Komm, komm zu mir. Gott, sie. Gut, ich konnte noch was essen. Alter, geh mir essen, geh mir essen, geh mir essen. Du bist nicht genickt. Pass auf, die kommen, warte, pass auf, die kommen. So, Kollegen, ne, jetzt ist aber mal hier Ende im Gelände. Ich muss unbedingt ranken, ich hab nur zwei Herzen. Verschwende nicht deine Pfeile. Die ist schon getroffen. Zweimal. Nice. Und viermal, glaub ich. Ja, Distanz geht klar, ne? Ja, ich muss aber ranken, ich hab immer nur noch vier Herzen. Pass bitte auf. Pass auf hinter dir. Geh weg, geh ruhig weg, ich hab kein Problem. Oh mein Gott. Alter, wär ich jetzt gestorben, das ist ja so unnötig, ne? Ja, deswegen. Ihr nehmt das Eisenschwert von dem. Danke. Das wär mega unnötig, Alter. Ja, deswegen hab ich ja gesagt, geh lieber weg. Ich wär fast down. Ich dachte so locker, ne, weil der hat auf dich geachtet, so weißt du. Mhm. Aber dann hat er mich richtig gut getroffen und dann war ich fast down. Hast du noch ein DIA? Ein DIA, ne, leider nicht. Okay, wenn du noch ein DIA hast, sag Bescheid, mach dir dann ein DIA-Schwert. Ja, okay, dann sind wir auf jeden Fall jetzt ganz gut dabei, so, ne? Ja, jetzt sind wir ganz gut dabei. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Teams auch sind, aber wenn die gut sind, dann haben wir halt verkackt und wenn die nicht gut sind, dann... Ja, aber selbst wenn ich meine, wir haben gute Ausrüstung, da können wir uns wehren. Ja, voll iron, beide. Ich seh schon einen, ich seh schon einen Gegner, der spackt da irgendwie herum. Wo bist du? Ich bin hier grad in der Feuerwehr. Feuerwehrbus, Feuerwehr. Ach da. Ja. Da, wo der Kran ist. Nee, das ist da, wo dieses Hotel ist. Dieses kaputte Hotel. Ja, ist doch da, ja. Backsteinhaus. Ach so. Wo ist denn die Feuerwehr? Guck einfach da, komm einfach da, wo die Falle ist. Irgendwann hat mir mal gesagt, oh, ich seh dich schon. Welche... Pass auf, da kommt ein Team. Bist du das? Egal, ich sag's dir später. Nein, ich bin jetzt, doch jetzt bin ich langsam hinter dir. Ach so, ja, ich weiß, wo du bist, ich weiß, wo du bist. Ich glaub an dem vorbei. Ah, nur einer von denen hat ein Schwert. Gut, ich konnte leider nicht an... Oder haben beide ein Schwert? Ja, doch, beide haben dir als... Der eine versteckt das bestimmt, ja. Lol, ich konnte einfach... Alter... Warte, jetzt achte, ich mach Pro-Trick 5000. Der bleibt jetzt stehen. Was will der damit erreichen? Warte, 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 warte. Ah, das sind solche... Lol, der hielt einfach seinen Kollegen. Pass auf. Geht bei dem schief. Der laggt einfach nur. Aber ich hab ihn. Ich merke schon. Mir leid. Nein, ich bin... Pass auf. Ich hör... Nee, ich hab mich paar Mal mit... Box ihn weg von dir. Hast ihn? Ja, so... Alter! Geh weg. Geh einfach weg. Alter, ich hab grad voll die Legs. Warum? Nein. Ja, voll lieber weg. Geh weg. Ich block deine Pfeile. Er versucht nur, mich zu treffen. Gut. Ja, er ist tot. Gut, gut, gut. Passt. Ich hab voll die Legs grad eben ab und zu. Ich weiß gar nicht, warum. 60 FPS eigentlich immer so konstant, wie eingestellt ist. Warte mal. Nein! Ich hab jetzt auf Super... Oh! Sag mal, wenn ein Gegner kommt, ne? Okay. Ich hab außerdem einmal auf Super Secret Settings gedrückt, deswegen musste ich jetzt alle durchgehen. Okay, ich drück auf 5, dann hat man eine bessere Übersicht. Also nochmal als Quick-Tipp für euch. Oh, ja. So, Deathmatch beginnt. Teams sind trotzdem erlaubt, aber wir schauen einfach mal, ob das auch ein Team ist oder nicht und dann können wir ja vielleicht fair machen oder sowas. Genau. So, oh, jetzt hab ich ein Diaschwert weggeschmissen. Das ist nur einer. Der ist ganz alleine gekommen. Da hast du mich immer töten. Okay. Ja, das ist so ein... Oh, lecker und dann ist er noch schlecht. Alter! Oh Mann. Und die Sorge geflogen ist. Gott, den hab ich. Gut, also würde ich mal sagen, gibt's jetzt einen spannenden Endfight, ne? Voll Iron und... Soll ich mal Fistkampf machen? Okay. Mit oder ohne Rüstung? Ohne oder sonst hört man sich eh nicht. Okay. Oder vielleicht nur... Warum, wir ziehen nur unsere Nikes an. Nur unsere Eisen-Nikes. Ja. Aber ich hab keine Eisen-Nikes. Nein? Nein. Dann geb ich dir weg. Das ist meine genommen. Hier, ID. Auf den Nikes. Okay, und dann halt nur Halt-Faust. Genau. Ah, Essen solltest du nicht wegschmeißen. Ja, das hab ich auch noch. Du musst mir ein bisschen Essen geben, weil ich sonst alles weggeschmissen hab. Danke. Und hier noch ein Setzling, wenn du willst. Okay. Gut. Machen wir den Setzling-Kampf? Ja, okay, komm, Setzling-Kampf. Okay. Wir ficken uns jetzt mit dem Setzling... Nein, mit der Steine. Nein, Spaß. Schmeiß ich alles weg hier. Gut. Also, Kampf mit dem Setzling. Bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins, go. Der Setzling-Kampf beginnt, meine lieben Freunde. Oh. Dann geb ich dir die Kombo. Oh, zack. Nein. Oh, jetzt hab ich dich zu gut erwischt. Nein. Wie viel Erd hast du noch? Aber nice gekämpft auf jeden Fall. GG. Wie viel Erd hast du noch? Ich hatte noch viereinhalb Herzen. Viereinhalb? Alter, mir kam es wirklich so vor, als ob ich dich richtig aufgehört habe. Es kam irgendwie ganz knapp vor. Ich glaub, nur weil ich dich dann einmal in der Kombo hatte. Schade, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. War eine coole Runde. Schau beim Crafting-Path vorbei. Senke den Kanal links unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir haben auch noch ein Video für ihn aufgenommen, das heute ungefähr um die gleiche Uhrzeit kam. Das war ein kleines Commentary über ein Thema, was euch, denke ich, mal alle interessieren würde. Und zwar das Thema, wenn Minecraft jetzt in eine andere Programmiersprache umgeschrieben würde. Aber ja, darüber reden wir alles in deinem Video. Da könnt ihr ja gerne vorbeischauen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Samstag und ein schönes Wochenende. Und ja, haut rein bis morgen zum nächsten Video. Tschüss. Au.